...arbeiten können. Ja, und holen Sie Ihre Kameras raus, meine Damen und Herren. Er turnt jetzt schon auf den Final von rechts nach links, die B52. Und herzlich unser B52 zusammen mit unseren B1 und B2 Tarnkappenbommern. Sie sind auf der Spitze unserer langen Streckenluftfähigkeiten. Sie machen aber auch alle Luftbodenmissionen bei den Amerikanern. Und auch können wir über Luftnahunterstützen sprechen. Sie können bis zu 80.000 Pfund lagern. Alle Bälle sind natürlich mit GPS oder Laser gesteuert. Eine Besetzung von fünf Leuten ist aber am wichtigsten. Das gibt uns die Fähigkeit, in der letzten Minute mit viel Information etwas ganz richtig zu schaffen. Diese Flugzeuge ist durch Urglück aus Norddeckote gekommen. Sie haben eine Aussage. Das heißt auf Hawaisch, Guardians of the Upper Realm. Wow, was für ein Highlight. Und das war wirklich besonders. Und es war bis vor kurzem nicht klar, ob das klappt für Sie hier auf der ILA 2016 zu machen. Well, indeed, as Bern gesagt hat, eine gute Möglichkeit für eine Fotografie. Ich habe eine strange affinität mit dieser Flugzeuge, weil wir beide den gleichen Namen haben. Allauf ein solch. Den sits da mit der Fähigkeit, glaube ich. So dwelling. Zwei Und jetzt kurvt er ein auf den Final, auf den Endanflug, noch mal von rechts nach links, die B-52, die B-52, baff. Die B-52, die B-52, baff. Die B-52, die B-52, baff. Die B-52, baff.